Hallo und herzlich willkommen bei Kattplosiv. Liebe Zuschauer, anhand eines scheinbar abgefallenen Kölner Pfarrers muss ich euch leider mal wieder zeigen, wie es um die katholische Kirche in Deutschland steht. Katholisch.de berichtet. Pfarrer Meurer, biologische Jungfrauengeburt ist für mich Quatsch. Der Kölner Sozialpfarrer Franz Meurer hält Religion für das Gefährlichste auf der Welt. Zitat. Sie müssen nur die Nachrichten gucken, dann wissen Sie, wozu Religion fähig ist, sagte Meurer dem journalistischen Digitalverlag Kivon am Mittwoch. Glaube müsse aber auch froh und frei machen und sei immer ein Geschenk. Meurer reagierte auch auf die Frage des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, ob er in der Kirche noch willkommen sei, wenn er an vieles gar nicht glaube. Zitat. Was er sagt, ist das Normalste vom Normalen. So Meurer. Jeder glaubt etwas, keiner glaubt an alles. Laut Pfarrer Meurer. Für ihn, also Pfarrer Meurer, für ihn selbst sei etwa die biologische Jungfrauengeburt. Zitat. Quatsch. Katholisch, evangelisch, anglikanisch. Der Herrgott lacht darüber. Behauptet Sozialpfarrer Franz Meurer. Religion sei für ihn das gefährlichste der Welt. Mit seiner Religion hat er scheinbar schon lange abgeschlossen und leugnet die Jungfrauengeburt und leugnet damit ganz direkt den dogmatischen katholischen Glauben. Wer ein Dogma der Glaubenslehre bewusst leugnet, ist nicht mehr katholisch. Wenn ich da was falsch verstanden habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber so ist mein Wissensstand. Auch ob man evangelisch, katholisch, anglikanisch oder sonst was ist, scheint für ihn keine Rolle zu spielen. Und damit widerspricht er wieder dem unfehlbaren katholischen Glauben. An Müntefering gerichtet, sagte Meurer, dieser sei ein, Zitat, sehr guter Mensch, so ein richtiger Sozialdemokrat alter Schule. Und als solcher in der Kirche willkommen. Mit seinem Einsatz für Hospize setzte Müntefering sich mit der Frage nach dem Tod auseinander. Das sei einer der wichtigen Inhalte von Religion. An diesem skandalösen Bericht sehen wir ganz klar und eindeutig, wie es um die Kirche in Deutschland steht. Dieser Pfarrer verkörpert alle antikatholischen Kräfte, die in der Kirche wirken, in sich selbst. Er leugnet die Jungfrauengeburt als, Zitat, Quatsch. Die Zugehörigkeit zur einen heiligen, apostolischen, katholischen Kirche sei für Gott lachhaft. Und Sozialdemokraten alter Schule, welche von der Kirche immer als Feinde angesehen wurden, sind für ihn herzlich willkommen in der Kirche. Da fragt sich, in welcher Kirche? Also das alles repräsentiert definitiv nicht die katholische Kirche. Deshalb verzweifelt nicht am Glauben, diese ihr Lichter vergehen alle. Gottes Segen euch.